Moin sind ihr Föchser da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück hier zu Minecraft. Wir haben im letzten Party Steam Falcon uns angeschaut und ich war schwerst begeistert, bin sie immer noch. Und ich würde sagen wir werden jetzt einen Gironimo mäßigen Sprung vom Heck dieses wunderschönen Schiffes machen. Oder vielleicht eher von der Seite. Ich glaube von der Seite ist cooler. Und machen uns dann auf zu den nächsten Claims, die ich noch auf meiner Liste habe. Au, hier sieht es gut aus. Komm. Man will doch mal Gironimo mäßig einfach nur irgendwo runterspringen. So, mal sehen ob wir es überleben. Upsada! Oh, da habe ich direkt einen abgestürzten Steam Falcon gefunden. Oh cool, ist da noch was drin? Ne. Schnell. Wollt nicht ertrinken. Das war erstaunlich cool tatsächlich. So. Okay. Ich habe noch weitere Claims. Ich gehe nur eh mal dahin wo es sicher ist, wo ich mich wohlfühle. Und dann claimen wir uns. RPTP zu... Yuko... 86. Zack. There we go. Oh, hier ist auch schon was entstanden. FKK Naturfuchs Strand. Kleidung verboten. Äh... Ich muss ja mal gucken. Dann muss ich aber ablegen jetzt. Dann hilft ja nichts. Sonst gibt es mega. Sonst gibt es mega. Gut. Und ich habe jetzt einfach nur noch eine Kartoffel dabei. Damit können wir wohl arbeiten. Gut. Dann laufen wir halt splitterfasernackt. Splitterfasernackt herum. Ach, Grüße gehen raus an Professor Doktor 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 Augustus. Oh. Van Dusen. Ich habe ein Loch gefunden. Das machen wir Füchse so. Wir finden... Gerne Löcher. Und dann graben wir... Hier in diesen Löchern. Oh. Hier ist irgendwas mit Glas gemacht worden. HüüüüüüüüüüüüüüusschС'. Ein unterirdischer kleiner Tunnel. Waldgeist. Billwoditskείu... Ja bisschen gucken. Wie soll irgendwie wahrscheinlich... Hier sollte ich wahrscheinlich nicht rein. Aber... Oh ich hab gerade eine E-Mail gekriegt. Lass mich mal kurz gucken. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass heute nochmal der Hermesmann auftaucht und eine Waschmaschine abholen will. Eben kurz gucken, was das ist. Alte Bilder aus der Gemeinde. Okay, cool. Nichts Wichtiges. Dann ist es ja gut. Oh, hallo. Du fließt ein bisschen gegen die Wand. Machst du aber schon richtig. Hier ist so ein bisschen Eisen und so, aber gut. Dann gehen wir hier wieder raus. So, und klettern wieder zurück. Schauen uns da mal weiter um. Rams. So, erstmal die Klappe wieder zumachen. Nicht, dass da einer reinfällt oder so. Wir wollen ja nicht, dass es gefährlich wird. Und dann gucken wir uns auch mal hier ein bisschen am Strand an. Jetzt gehen wir erstmal ins Haus rein. Komm, das sieht sehr beeindruckend aus. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg, dass man es auch mal von Weitem sieht. Hier scheinen Felder zu sein. Hat es was Turmartiges. Also das wäre das, was ich unter Fuchsturm verstehen würde, wenn ich mich zu mir porte. Aber bei mir ist es ja dann doch kein Turm geworden. Das wäre so was, was ich mir vorstellen würde, wenn ich an Fuchsturm denke. So, was ist hier los? Oh, eine kleine Schildkröte. Du hast jetzt nicht unbedingt viel Platz, dich zu bewegen. Also beweg dich mal lieber nicht. Zack. Was war das für ein Geräusch? Okay. So eine kleine gemütliche Sitz-Ergie. Hier kann man ein bisschen arbeiten, Werkbank. Wo braucht man Küche oder so? Das wird wohl mal ein Gästezimmer eines Tages. Oh, hier ist ein Boarder, Wanne. Oh. Dann hat es sich sehr gelohnt, dass ich mich ausgezogen habe. So, siehst du mal. Oh, da muss ich auch schon Wasser drin. Eiskalt. Buah. Ja. So. Äh, nach unten. Gehen wir erstmal nach unten. Besamungskiste, Alter. Scheiße, Mann. Bruchstein. Andesite. Andesite. Baustoffe, Rohstoffe. Besamungskiste. Läuft, Alter. Läuft, würde ich sagen. Wenn da jetzt nicht alles voll mit Milch ist. Nee. Wertstoffe, Redstone, frei. Giraffel und Gezuppel. Was? Giraffel und Gezuppel. Schnee. Du, wer lagert nicht auch gern mal Schnee? In einer Kiste. Was sind das hier für geheimen Inventarkisten? Was ist hier los? Wir wissen es nicht. Hier ist der kleine Geheimraum. Hier wird im geheimen Keller noch Zeug aufbewahrt. Und dann wieder hoch. Dadurch ist die erste Etage. Hier ist auch noch nicht so viel los. Nö. Weiter geht's. Zweite Etage. Die dritte Etage. Auch noch nicht so viel los. Aber schon ein bisschen Dekor. So eine kleine Säule schon mal reingebaut. Es ist eine tragende Säule. Und dann haben wir das Dach. Was ziemlich cool aussieht in diesem dunklen Holz. Von so einem Zaubertisch. Hätte ich mir das auch gut vorstellen können. So dunkles, bedrückendes. Erinnert es ein bisschen an ein altes Mittelalterhaus. Wenn man ehrlich ist, oder? Und dann haben wir hier das Dach mit eurem... Oh, treu Betten, du. Hier wird aber edel geschlafen, würde ich mal sagen. Edel geht die Welt zugrunde, du. Und kalt. Wenn der Winter kommt, dann wählt ihr das direkt ins Bett. Aber direkt rein. Aber hübsch. Sieht echt gut aus. Oh, guck mal hier. Und dann kannst du direkt in die Sterne blicken. Ist das nicht schön? Das ist auch cool hier. Kann ich auch runterspringen? Ich bin ja so Fan von nach unten springen. Aber ich glaube... Ah, doch. Das klappt. Let's do this. Geronimo! Okay. Knapp, du. Da hätte man sich aber die Bäume zerknacksen können. Aber lief. Das lief. Das lief. Hier so ein kleiner Sichtschutz. Für die FKK-Gemeinde, die hier rumeiert. So. Das sieht gefährlich aus. Das ist... Da sind schon einige Freunde der freien Körperkultur. Drinnen verendet wahrscheinlich. Und weg war er, weißt du. So. Was haben wir hier? Ja. Kleines Modderhaus. Was haben wir denn hier? Gratis Fisch. Nur für Füchse. Fischerei. Und was ist, wenn hier jetzt so ein Braunbär kommt oder so? Dann kriegt er nichts. Nö, du nicht. Du nicht. Braunbären sind hier nicht erwünscht. Ah, hier. Das ist so ein... So ein Gegengewichts... Ding. Witzig. Ach, da kriege ich sofort Kurines-Vibes, oder? Sofort an Kurines-Denken aus Gothic 2. Bis heute meine liebste Stadt in einem Spiel. Kurines hat einfach so einen ganz eigenen Flair. Das fühlte sich so echt an. So realistisch. Aber vielleicht ist es auch einfach Verklärung von früher. Weil wenn man ehrlich ist, hier... Was ist Novi Grad oder so? Aus Witcher 3. Da ist natürlich nochmal eine ganze Hausnummer geiler und realistisch. Aber irgendwie hat Novi Grad bei mir nicht das gleiche ausgelöst wie Kurines im Gothic 2. Rote-Bete-Saatgut. Melonen. Melonen. Zuckerrohr. Süßbeeren. Weizen. Karotten. Kakaobohnen. Bambus. Kürbis. Kartoffeln. Giraffe. Giraffe. Ah, sehr gut. Und fette Riesenbäume gibt es hier. Zack. Zack. So, sieht jetzt sehr cool aus. Bin mal gespannt, wie sich der... Strand hier noch weiterentwickelt. So, wo geht es hier hin? Robinson, Jukos Insel. Halbinsel. Ja, sehr cool. Auch hier so jetzt beim Untergehen der Sonne sieht das sehr, sehr schön aus. So, Goodie. Das war's mit unserer kleinen Mini-Server-Tour. RPTP-Fuchsturm. Wenn ihr möchtet, dass der Fuchs auch mal bei euch vorbeischaut, wie immer, Claims in die Kommentare ballern und dann kann das losgehen. Ich hätte mich jetzt ins Bett gelegt, aber Shadowland ist da und ich möchte nicht dazu zwingen, ins Bett zu gehen. Insofern, ähm, machen wir uns jetzt... Siehst du, ihr wollt ja eh noch zu Liska. Wir machen uns eben noch auf zu Liska. Voll vergessen. Aber das zählt jetzt nicht mehr zur Server-Tour, denn wir waren ja schon mal zu Besuch. Das ist eher ein kleiner Besuch. Mal gucken, ob ich das finde. Ich hab den Claim nämlich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass das irgendwie in diese Richtung ist. Wir werden das schon... Wir versuchen es mal. In der Nähe vom Rewe. Also Rewe, dann kommt die winklerische Schanze und hinter der Drachenschanze seitlich lang an diesem großen Redstone-Apparat vorbei, da war der Katzenkorb. Und ich denke, wenn wir hier einfach so in diese Richtung gehen, werden wir ihn finden. Gucken wir mal. Es ist natürlich wieder Nacht, aber so können wir die Nacht rumbringen. Und dann hab ich mich entschieden, dass wir danach tatsächlich erstmal ein bisschen auf kleine Reise gehen. Wir machen mal die Dünn-Map auf und dann gehen wir ins Unentdeckte. Packen uns das Wichtigste ein, was wir brauchen. Dass wir so eine kleine Notbasis bauen können. Und dann geht's ab. So, ich würde sagen, einfach in die Richtung hier. So ein bisschen slightly da lang. Was ist mit den Bäumen hier los? Schwebende Bäume! Aber es könnte auch tatsächlich durch die Map-Erstellung kommen. Also das muss nicht immer einer gewesen sein, der da böse abgebaut hat. sondern das kann auch tatsächlich einfach nur durch die Generierung der Map an sich passieren. Katzenallee. Okay, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Katzenallee. Die Frage ist, in welche Richtung muss ich der Katzenallee folgen? Ich folge ihr mal in diese Richtung. Richtig hübsch gemacht. Naturschutzturm. Ach komm, jetzt gehe ich in den Naturschutzturm. Herzlich willkommen im Naturschutzgebiet von Templar Assassin. Grüße gehen raus an den Templar. Ich möchte noch einmal Werbung für seine Urlaubsinsel machen. Wer noch ein Feriendomizil braucht, gönnt euch. Oh, der Naturschutzturm ist ganz schön hoch. So, guck mal. Also, ich sag mal, wie es ist. So jetzt aus dieser Sicht sieht das schon ein bisschen beeindruckend aus, diese schwebende Insel mit der Glaskuppel. Es geht wohl doch. Es geht wohl doch. Und vor allem, wie fett das Ding geworden ist, die zweite Insel. Habe ich gleich gemerkt. Die ist ja voll aus dem Ruder gelaufen. Hier waren wir doch schon mal drin in den Türmen, oder nicht? Mir kommt das so vor, als wären wir schon mal so ein Ding vom Templar Assassin hochgelatscht. Aber ich habe das Gefühl, wir laufen jetzt in die falsche Richtung. Wir folgen der Katzenallee mal in die andere Richtung. Das sollte uns wohl zum Ziel führen. Hoffentlich. Gehen wir mal hier lang. Folgen wir dem Weg. Ich denke, da kommen wir bei Liska raus. Oder wir kommen bei mir raus. Scheiße, ne. Doch falsch. Da kommen wir bei mir raus. Ne. Andere Richtung. Wir müssen ja noch den Weg bauen. Wir sind immer noch nicht an Foxington angebunden. Ich bin auch so autark da hinten in der Ecke. Da muss doch was passieren. Ich folge dann mal den Weg hier lang. Ach, das hatten wir doch. Ja, ich erinnere mich an diese Bänke mit den lustigen Sprüchen. Da waren wir doch erst kürzlich. Yo. Alles gut. Aber hier bin ich nicht richtig. Hier ist es zwar schön. Guck mal, ein kleines Baumhaus. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, nicht gesehen. Ein Baumhaus. Möge der Vater des Verstehens dich leiten. Ja, das schauen wir doch mal, ob er das tut. Wo ist Liska? Ich glaube, Liska ist noch ein Stück weiter. Ich sehe da halt nichts. Da ist der Drache. Wir gehen mal von Foxington. RPTP, Foxington. Von daraus finde ich den Weg. Da bin ich mal ziemlich sicher. Da müssen wir nur hier lang, am Rewe vorbei. Ich werde Matthias Zwingel noch schnell ein Energy rausholen. Da ist er auch schon. Ja, ja. Dann Richtung Schanze. Wasserstandshäuschen. Dann kommt hier gleich irgendwo die Schanze. Da vorne ist sie. Und hinter der Schanze. Hier seitlich lang. Da geht es irgendwie zu Liska. Hier durch beim Bahnhof lang. Irgendwo da. Oder hinter der Schanze lang. Irgendwo hier in der Nähe ist sie auf jeden Fall. Wir werden sie finden. Und mein Magen knurrt. Weil ich Hunger habe. Aber er muss sich jetzt noch ein bisschen gedulden. Irgendwo hier ist sie. Ich weiß, dass wir nämlich da rumgelassen sind. Und plötzlich stand ich bei Rainer. Das weiß ich noch. Den genauen Weg weiß ich noch nicht mehr. Oh, Creepers. Hier ist ja alles voll mit Gesocks. Jetzt bin ich wieder beim Templer. Oder? Hallo? Oh, kack. Ich bin nackt. Ah, ich bin ja nackt. Wir sind noch FKK-mäßig unterwegs. Oh, oh. Eben abhauen. Ah. Tötet mich nicht. Kann nicht sein, dass ich Liska nicht mehr finde. Bin ich bescheuert? Hier waren wir auch. Das weiß ich auch noch. Hier habe ich dauerlich in diese Büsche gelatscht. Das gibt es noch nicht. Voll versteckt, die Katze. So, warte. Ich muss jetzt erstmal meine Rüstung wieder anziehen. Ah ja, wir haben keine Schuhe. Da war ja was. Da müssen wir uns eigentlich auch mal neue Schuhe machen. Ach, schön. Das gibt es doch nicht. Wo ist die Katze? Ich bin mir ziemlich sicher, sie ist hier irgendwo. Gehen wir mal da hoch. Also, wenn die Folge vorbei ist, dann werden wir in der nächsten Folge aber wirklich erstmal unsere Tour starten. Ins Ungewisse. Oh, gleich zwei von euch. Super. Das erfreut mich doch. Da bekomme ich doch gleich gute Gefühle. Ja, Comorado. Wuhu. Wie mich trotzdem immer treffen, die Schweine. Oh, den haben wir weg. Ja, komm her, do. Du sollst sterben, habe ich gesagt. Komm her, du blödes Phantom. Ach, das kriegst du nicht, dass ich den nicht treffe. Ich hau mir jetzt immer eine Kartoffel rein. Ah. Zu lange Kartoffeln gegessen. Noch eine Kartoffel. Oh, komm her. Jetzt vorbei, jetzt wird er drauf gehen. Ja, wunderbar. So. Alles klar. Nu, guck mal der Tagbericht an. Folge ist gleich zu Ende. Ich habe die Katze nicht gefunden. Super. Ich gehe jetzt noch da hoch. Aber ansonsten bereiten wir uns erstmal vor, bis wir das nächste Mal machen. Hilft nix. Dann werde ich jetzt nämlich gleich erstmal auf meine kleine Tour gehen. Ich möchte mal wieder ein bisschen raus, ein bisschen buddeln, eine kleine Mine anlegen. Ein bisschen nach Ressourcen buddeln. Und ja, dann machen wir das halt erst danach. Kann ja nicht sein, ich finde den Katzenkorb nicht. Bin ich jetzt hier? Nein. Warte, das könnte es sein. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Hört jemand? Yan 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 yan. Ich habe es gefunden. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, wir haben den Katzenkorb gefunden. JÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Schön ist das hier, so viele Blumen So herrlich, also hier ist es wirklich schön So wie ich mein Mein Urlaubshäuschen Auch machen, das muss alles voll mit Blumen sein Da ist vor lauter Freude Einem Hühnchen gerade erstmal ein Ei rausgeploppt Blumentöpfe für den Fuchs Och Gugemol, man braucht Ziegel Tonklumpen dafür Wahrscheinlich Ah, Liska Dankeschön Ich lasse die erstmal noch hier stehen Aber die werde ich dann Bei der Einrichtung werde ich mich natürlich gerne An den hier bereitgestellten Blumentöpfen bedienen Vielen lieben Dank dafür So, ich gehe mal ein bisschen in die Einrichtung abluschern Oh, irgendwie Na also Ja, Hahn ist doch gut Moin, hallo Hier, das ist ja auch cool Ein kleines Klavier So ihr Lieben Ihr hört den Haarenkriegen Ihr wisst, was das bedeutet Wir machen jetzt hier in der kleinen Katzen Im kleinen Katzenkörping erstmal Eine kurze Pause Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen Hoffe ich ihr soweit ein bisschen Spaß Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat Lasst euch mal die Däumchen da Kommentare und Feedback Natürlich will man gerne ein tolles Video posten Und ansonsten sehen wir uns dann Im nächsten Part wieder Bis dahin euch Viel Spaß beim Zocken Tschüss euer Blaufuchs Tschüss euer Blaufuchs Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020